Der geheimnisvolle Schatz In einem kleinen Dorf, eingebettet in eine schneebedeckte Landschaft, stand ein gemütliches Häuschen, das aus der Ferne wie ein warmes Licht in der kalten Winternacht wirkte. In diesem Haus lebte ein alter Geschichtenerzähler, bekannt für seine fesselnden Erzählungen und sein herzliches Lächeln. Eines kalten Dezemberabends, als die ersten Zeichen der Weihnachtszeit sich in der Luft bemerkbar machten, saß der Erzähler in seinem Lieblingssessel neben dem knisternden Kaminfeuer. Er nippte an seinem heißen Kakao und blickte durch das große Fenster auf den friedlichen Schneefall. Plötzlich klopfte es an der Tür. Es war ein junger Wanderer, der in der Kälte und Dunkelheit Zuflucht suchte. Der Erzähler lud ihn ein, sich zu wärmen. Der Wanderer, dankbar für die Gastfreundschaft, bemerkte die Stapel von Büchern und fragte nach einer Geschichte. Der Erzähler lächelte und begann zu erzählen. In einer Winternacht, genau wie dieser, gab es in unserem Dorf eine Legende über einen verborgenen Schatz, versteckt von einem geheimnisvollen Fremden, der vor vielen Jahren hier lebte. Dieser Schatz, so sagte man, könnte nur von einer Person, mit einem reinen Herzen und dem Mut eines Löwen gefunden werden. Viele hatten es versucht, doch der Schatz blieb unentdeckt. Der Wanderer lauschte gespannt. Der Erzähler fuhr fort. Die Legende besagt, dass der Schatz in einer geheimen Kammer unter dem alten Eichbaum versteckt ist, der allein im Wald steht. Aber die Kammer kann nur in der Nacht des ersten Schneefalls im Dezember geöffnet werden und nur, wenn der Mond in voller Pracht am Himmel steht. Der Wanderer, von der Geschichte fasziniert, fragte, ob jemand je versucht habe, den Schatz in dieser Nacht zu suchen. Der Erzähler nickte und sagte, Ja, viele haben es versucht, aber keiner hat je die Kammer gefunden. Es heißt, dass nur jemand mit einem wahren Glauben an die Magie der Weihnacht den Weg finden kann. Der Wanderer, nun von Abenteuerlust gepackt, beschloss, die Legende selbst zu erkunden. Der Erzähler sah ihn lächelnd an und gab ihm einen alten Schlüssel. Vielleicht bist du derjenige, der den Schatz findet, sagte er. Als der Wanderer in der nächsten Nacht aufbrach, war der Erzähler allein, doch er fühlte sich nicht einsam. Er wusste, dass die Magie der Geschichten und die Wärme seines Heims das Herz eines weiteren Reisenden berührt hatten, genau wie das Feuer in seinem Kamin die kalte Winternacht erleuchtete. Untertitelung des ZDF für funk, 2017